So, willkommen bei meinem nächsten Let's Play. Und zwar wollte ich diesmal Mario spielen, aber kein einfaches normales Mario, sondern ein Mario Hack, nämlich World of Illusion. Und fang ich mal an, ja, hab schon mal angespielt, weil ich bin nicht so der Mario-Spieler und wollte mir nicht gleich noch richtig Schwärm raussuchen. Und ich hoffe, das schaffe ich jetzt mal. So, los geht's. Oh, ich glaube, es war uns ein bisschen zu leise. So, jetzt dürfte es passen. Ich hab gerade so gut wie gar nichts gehört. Und los mit dem ersten Level. Ich sag jetzt mal nichts. Dama, du bist nicht der Loser gerade eben. So, und los geht's. Oh, ich kann durch. Ah, stimmt, ja. Nicht umsonst, World of Illusion, weil nicht alles so ist, wie man's denkt. Oh, ich bin echt der hier. So, glaubt mir, kein Schwein, dass ich bei Kaito Mario jemals die erste Hälfte des ersten Levels geschafft habe. So wie ich mich hier gerade eben anstelle. So, wie weit geht das hier? Aber guck. Ja. 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 Gut. Noch durch und... Ah. Au. Los. Gut geschafft und diesmal... Äh. Ich glaub, ich mach den Opfenhabe gleich komplett neu. Mann, bin ich heute schlecht. So, jetzt aber... Durch ohne zu sterben. Ich sollte nicht daran dringen, zu sterben, sonst verrecke ich ihn die ganze Zeit. Los kommt runter. Ich hab keine Lust auf euch. Ah. Traurig. Ja, echt traurig. Also jetzt ist gerade eben echt nicht mein Tag. Los. Dum 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 dum. Das ist ja auch irgendwie gemein. Die Münzen habe ich mir schon gesagt, dass es als nächstes kommt. Okay, kommt, kommt, kommt. Schießt ruhig, jetzt kriegt ihr mich nicht mehr. Okay, das hätte ich mir denken können. Das ist geschafft und ich habe mich sowas von blöd angestellt. Ich hoffe, es wird beim nächsten besser. Ja, gut, weiter. Die Musik gefällt mir schon mal gleich. Alter, stimmt, hier kann man laufen. Man denkt immer gleich, dass man irgendwo runterfliegt. Los, Mario, spring. Wie war das da jetzt gerade eben noch mal? Bestimmt. So, Mario, spring. Los, spring. Gut. Äh. Au. Also, noch mal hoch. Los. Mario, spring. Und nicht drüber rutschen. Die Musik erinnert mich die ganze Zeit an Luck ist da. Ich weiß nicht, wieso. Äh, die Bestell ist auch fies. Los. Ich glaube, ich habe es gerade in dem Fall hauen. Ja. So schaffe ich das nicht, das muss tiefer. So, jetzt aber. Ja, das ist safe genug eindeutig. Gut. Das weiß ich noch, wie das, glaube ich, war. Los. Hä? Wo bleiben die Kugeln? Gött, jetzt. Was ist die Vorbedingung, damit die kommen? Das ist zeitlich bedingt. Gut. Reicht das? Nee, daneben. So. Ich muss weiter mit der kommen. Los. Ah. Jetzt. Aber. Los. Und. Ja. Mann, zubiss ab. Und. Rein. Level 2 geschafft. Hätte es da oben auch noch ein Ziel gegeben. Wahrscheinlich. Weiter. Und zwar ins erste Bowserschloss. Das gefällt mir schon jetzt nicht. Ja. Ja. Fuck. Los. Auf den Körper. Auf die Schildkröte. Und dann wieder hoch springen. Los. Das schaffst du doch. Mario. Und dann nicht zu weit. Endlich. Geht weiter. Oh oh. Ist es das, wo ich denke? Ja. Das war mit... Ja. Ah, los. Das wirst du... Jawohl. Ah, gut. So geht es auch. Das wird fies. Ich sehe jetzt nicht, wo die Plattform ist. Die kann jetzt sonst irgendwo sein. Okay. Okay und... Los rüber. Nein. Ich Idiot. Jetzt, wo ich es fast geschafft habe, speichere ich mir, während ich in die Luft fliege. Nochmal.